Gewitter, haben Sie gemeldet heute Mittag. Oh, das ist der Gewitter, da sitzt er trocken dann. Es ist ja warm. Jetzt sind 31 Grad, haben Sie gesagt, hier im Fernseher noch. Ah. Ah. Ha, 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 ha. Und da hat er da was letztendlich festgehalten, ne? Außer dem einen Mal, wo der... Ja, 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 ja. Oh, ne. Das ist ja logisch da, meine Güte. Ja, das ist alles so in Sachen da. Ja, dann haben Sie da schon, da kannst du mal ziehen, da kam die extra vorbei wie in den Wohnungen da, die Bürgermeisterin da. Ja, das ist ein Gespräch, das ist ein ganzes Haus zusammen. Ah, das ist so eine Versammlung, ja? Ja, wir können hier auch schon fahren, rennen darf oder nicht? Ja, wo, wo versammelt ihr euch dann da? Von dem Zentrum, in der Kneipp. Ach so, nicht bei euch da im, äh, da? Hm. Ja, wer war da noch da, war denn der Dingshoch da, wie heißt denn? Nur bei der... Anuthaus. Ah, Anuthaus, und dann, äh, die Bürgermeisterin, sonst niemand dabei? Ne, ne. Ach, du Lieber. Ach, du Lieber. Ich fühl's gar nicht dabei. Oh, wei, das ist mir klar, da die, äh, auf den Palmen gegangen ist, mein Lieber. Und von mir war egal. Ja, natürlich, du kannst ja deine Meinung äußern. So, hör mal. Oh, wer hat sich dann... Ich hab schon gesagt, wenn es gehen, dass die anderen hat, sie müssen in den Grottenheim davor gekommen. Ja. Ja, und was war, hat es da wenigstens noch Rückhalt gehabt? War ein anderer auch dafür, was du gesagt? Ja, ja, ja. Haben die sich da wenigstens geäußert laut? Oder haben sie nur dich reden gelassen in der Beziehung? Nö, 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 ich hab noch andere reden. Weil, äh, weißt du, wie das meistens ist mit denen, ne? Ja, ja, ja. Dass sich nur auf eine verlassen, die kann da reden und die kriegt dann vielleicht er ja dann, ne? Und haben hier nix mit am Hut, ne? Ja, ja, wer ich nicht, der ist. Das musst du dir mal vorstellen, da. Und die sind ja auch nicht so groß, die Wohnung, in dem Grunde genommen, ne? Ne, was, da meinst du jetzt da rennt? Die Einwohnung? Ja. Das ist die größte, das ist die größte, zwei, zwei und drei, wo der ganze Beispiele kommt. Und da ist alles gebaut. Ah, dann ist alles gebaut. Ja, es ist alles gebaut.